Ihr Lieben, ich muss nur ganz schnell sagen, ich habe mich gerade überhaupt nicht verabschiedet. Hört ihr mich noch? Seid ihr noch da? Oh mein Gott, ich habe mich gerade nicht verabschiedet. Ich habe einfach den falschen Knopf gedrückt. Das wollte ich nur kurz sagen. Das tut mir total leid. Das ist überhaupt nicht meine Art. Oh je, ich wollte nur noch entspannt tschüss sagen. Entschuldigung, das tut mir total leid. Das war nicht meine Art. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal kurz sagen. Normalerweise sage ich ja entspannt tschüss und so und jetzt habe ich einfach... Ulrich, du und die Technik. Was machst du denn schon wieder da? Wie bist du denn jetzt da reingekommen? Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Nein. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Nein. Wo sind wir stehen geblieben? Du hast mich rausgeschmissen. Ferdinand. Ja. Ferdinand. Bitte. Ich muss ins Bett. Wieso? Weil ich morgen fahren muss. Wohin musst du fahren? Von wo musst du fahren? Ich muss nach Köln. Ja, das ist aber mir scheißegal. Ja, du... So, ich sage dir was. Ich habe dich sehr lieb, aber ich gehe jetzt schlafen. Ja, du lässt mich eine knappe Woche hier sitzen. Rufst du an wegen Frage 31? Hallo? Ja. Und dann sage ich dir was, da wirst du noch ein paar Tage drauf warten. Du bist unmöglich. Du bist unmöglich. Ich sitze hier, mir den Arsch wummt, träge schon den 180. Becher Leitungswasser und dann lässt du mich wieder warten. Aber nur kurz. Wirklich nur einen Moment. Weißt du, wenn ich dich nicht so gern hätte, dann würde ich dich jetzt sehr hassen. Nein, du darfst mich nicht hassen. Ferdinand, hör zu. Ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt. Ich habe das gar nicht gewusst. Entschuldige, ich wollte... Ich muss doch eigentlich jetzt ins Bett. Weil ich bin doch... Ich muss doch noch packen. Und ich muss doch morgen nach Köln. Und ich muss doch fit sein. Aber ich wollte mich gebührend verabschieden. Und ich wollte sagen, nämlich am Sonntag... Weißt du, wer am Sonntag kommt? Jetzt kommt die Foto. Am Sonntag kommt der Guido Maria Kretschmann. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ja, super. Das freut mich für den Guido Maria Kretschmann. Aber du lässt mich schon wieder hier zappeln und schmeißt mich schon wieder raus. Nein, es war nicht Frage 33, es war Frage 31. Aber vielleicht lege ich mir auf eine Ansage. Ich sage, du lässt mich hier sitzen. Jetzt lass sie sitzen. Ich lasse sie hier sitzen. Ich kann sie total lieben. Und wir sprechen uns nächste Woche. Und da ist ja Wohlwasser drin. Gute Fahrt. Schlaf schön. Du auch.